Das Fass ist gleich leer! Shit, vielleicht hätte Papa das doch vorher üben sollen. Gott sei Dank musste ich es nicht machen und er hat das Fass angestochen. Der Hahn ist auf, dann kann es ja nicht funktionieren. Wer hat den Hahn denn aufgelassen? Ich bin gleich hinten raus. Wir haben ein Fassel voll Bier dabei, der Sommerzahn, je, 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 war zu viel Schmackes. Wir haben ein Fassel.